hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play battlefield 4 die open beta hat heute einen neuen modus bekommen und zwar spielen wir obeleration ein modus mit bomben und planten und entschärfen und erstes ich weiß auch nicht das typische was man von cod schon kennen haben setzt in battlefield auch eingeführt bin mal gespannt was hier so abgeht ehrlich gesagt habe ich gar keinen plan zu tun sondern ich denke mal wir müssen jetzt darüber rennen und die bombe schnapp mich mal erst mal die panzersperre an damit obwohl die panzer sollte natürlich schon durchfahren haben wir dir drüben auf die panzer von gegner nicht rüber kommen also die bombe ist jetzt da drüben sich das richtig ich habe kein plan also markiert we have the bomb alles klar muss jetzt beschützen oder was ach da oben all das springt gerade runter aber geil ist ja geil wir müssen ja wohl blenden bei den gegnern scheiße habe ich war ich kann echt mega verwirrt weil der typ ist ja auch mega verwirrt und ich treffe nicht naja das war ja so klar ich habe ihn erwischt dann habe ich headshot gegeben oder was geil 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 das können wir jetzt hier machen und jetski rüberfahren glaube ich eine ganz gute sache go 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 ja ich glaube die folge ist jetzt eigentlich die neunte folge nicht hält das ding ist unkontrollierbar neunte oder alter jetzt gibt doch mal gas das ist doch seine alter scheiße gibt gas gleich folge 9 oder 10 eigentlich aber ich veröffentliche es einfach früher weil es auch neue modus ist und so richtig das wollte ja auch sie was da jetzt hier so abgeht ich will es ja auch sich ja hier kann gar nicht so nicht gesagt aber 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 wir werden es gleich sehen was hier steigt sie mal aus der sonst stimmt ja noch jemand so ich werde ich nicht der profi gamer so erwartet jetzt bitte nicht zu viel von mir wo die letzte karte ja gar nicht so schlecht objektiv die streut aber gar sie haben es gott schon irgendwas jetzt hier warten bis die bombe kommt oder ich weiß einfach mal das was der hier macht das ich bin medica ist klar schon mal landet doch schon einer oder fährt das war ja klar dass ich nicht treffe aber jetzt so besitzen die nächste bombe freunde gibt doch mal hier was an das ist für ein militärabteil hier sondern wir fünf vorgesetzten sagt doch mal wir müssen ich bin gerade richtig hart verwirrt wo ich soll ehrlich gesagt bei mir läuft ja niemand irgendwie die die stehen ja alle so rum und schießen auf irgendwas was ist jetzt klar ich verstehe so die wird immer wieder die wird also immer wieder geplant also irgendwo erscheint die halt so magische kraft und scheiß dann der der sie kriegt alter ins wasser rette sich wer kann tauchen okay tauchen so wo sind wir jetzt hier okay mega wenig leben jedoch da hoch du gott also manche nach so ein bisschen leben erstmal geholt so bewertet die bombe hier auf jeden fall nicht alter sind da viele sehr gar nicht halte ich checke gerade ganz viele gegner sind oder die bombe ja ich hab die bombe ich hab die bombe und jetzt gott last man es war nicht geschehen ach du scheiße ist jetzt hier hin leute ich muss sie da eigentlich muss ich muss das springen alles klar verstehe so langsam das prinzip oh gott der panik erst mal das gleiche gegner wo es 100 pro gegner um megalex ok renn renn verteidige mich aber das unter die brücke durch alles klar es sieht noch ganz gut da die frames hier die wenn die einbrechen in dem moment wo wir hier bombe transportieren wir echt ärgerlich aber bei der beta weiß man wie das passiert und sind ja überall gegner ist jetzt komme ich an dem vorbei hallo ja dreh dich dreht ich genau ich hoffe ich habe hier unten lang freunde alles klar so sehr wir sind schon echt weit gekommen dass er wie beim football ja wir sind fast nein aber ich habe noch ich habe ihn noch erwischt nein oh gott kommt durch die bombe leute oh gott die sind natürlich so unbegabt und checken das nicht oder was enemy heißt okay es gibt gas jetzt gibt gas ich mache wahrscheinlich auch zwei parts draus kommt drauf an wie lange das match dauert also es wird spannend hier hat bock gemacht muss ich schon sagen also finde ich geil die map ist glaube ich nicht so unbedingt dafür geeignet ich finde ich weiß auch nicht wenn die map ist eher so zum ballern da aber jetzt so zum rumrennen mit einer bombe ist glaube ich jetzt nicht so das geilste aber es ist so geil wenn sich da so zwei fronten bilden ist ich sehe hier schon dass hier oder das gegner gelandet hier sind wieder welche wahrscheinlich sind jetzt hier alter ich verfehlt oh gott ja lande ach du gott was unbegabt alter was unbegabt was macht der denn da was mache ich denn da alle treffe ihn doch dann bin ich scheiße ok hat die bombe unser gott jetzt hätten wir natürlich die gebraucht ich habe hier leben ich glaube ich wirklich genommen ich verteidige ich werde ich opfer mich für dich ich habe volles leben ok also ganz ist ganz ruhig ja sehr gut sehr gut sehr gut jetzt blende die blende sie ich verteidige ich in meinem leben junge jetzt verteidigen wir die bombe ohne spaß oh gott niemals kriegt ihr die niemals kriegt ihr die aber ob es so ich bin gerade durch die bombe hochgegangen oder so es bockt sich richtig hat er da gibt mal gerät mal richtig in der rage ist der hammer stecken mal so einen geimpanzerten jeep oder was das hier ist armoured car light armoured transport vehicle with a remote controlled gunner station room for two extra passengers alles kann man sie merken ist ja und was man die schreibwischer eigentlich braucht man jetzt hier oder was das ist ja wieder warten bis die bombe located wird das kann jetzt wieder ein bisschen dauern ich weiß nicht warum die sofort naja ok damit sich die teams wahrscheinlich wieder ein bisschen sortieren wird die nicht sofort geplant hat nicht geplant hat alles und wir sie gleich in der nähe ihm und das wird was geiles vergesst leute es meine meine scheiße ich hätte euch vielleicht ein bisschen noch jetzt habe ich sie jetzt habe ich sie ok ich habe es gibt vollgas vollgas das ist da auf mir gab das scheiße ja ich gebe ja alles wobei team wir sehen da schon ich bin richtiger steiga team player wird zwar durch die weg bin ich drin ich bin sogar fahrer war geil der dd 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 so ich finde das fadenkreuz vom idee eigentlich ziemlich geil habe ich muss noch dran gewöhnen so ein bisschen so erfahren wir mal ganz gechillt ist er da oben er schießt doch mal auf irgendwas ich kann jetzt hier nicht so gut schießen ach da sorry 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 scheiße das war richtig oh gott der diskus vom pläten hallo leute ich bleibe lieber hier unten irgendwie beifahren oh gott da der ist hier unterwegs aber der wird nicht ankommen da wo nicht ich jetzt hier rausspringen werde und ihn aufhalten werde heute schon draufgegen habe ich mir die bombe jetzt hier schnell ist hier voller einsatz für mein team ohne scheiß das muss man mir schon anrechnen ich will die bombe von einsatz für mein team hast du jetzt hier jetzt vielleicht mal zum gegner rüber rennen da ist kein platz mehr jungen und er da drüben ist so dumm und steigt nicht aus zwar natürlich kein fahrzeug der der renn halt oder was jetzt rennen doch mal los ja der nimmt dich nicht mehr du siehst doch das dann voll mongo drin ist als erst mal nie wie am day kommt voll idiot der da drin so nicht aussteckt ist doch richtig dumm anfangen oh gott scheiße da machst du gar nichts und schon ist die kd negativ so er bewegt sich sehr gut ich steig doch mal lieber ein fahrzeug oder oder wo mich irgendwie kommen wir schon mal zum squad mitglied der soll ein paar punkte kriegen hier so dass immer auch schon das ist jetzt irgendwie ein bisschen dumm oder wenig leben warte hier hat was machst du denn junge hier in dem leben wo muni danke danke für die muni ja nämlich gern ein bisschen was auf so schon ist das paket weg also die waffen die sind wirklich mega scheiße ein bisschen leben für uns mal aber mit granatelfer bis auf distanz fast geiler alter welche grad dick aufs maul krieg was macht eigentlich unser das ist ja die bombe auch mega leck aber das ist die bombe hä wie ist die da oh gott wer war denn da schon wieder so begabt weil ich hole mir gott da kommt tank sehr gut ich glaube ich hätte nicht darum gekriegt dankeschön ich bin da gerade ein bisschen so granate ist schon hier jawohl sehr gut jetzt wird jemand ein bisschen koppel alter alter ich ich bin hier entdeckung von zwei lisa gegriffen die tipps kriegen wir auch immer wieder nach jama schon 10.000 mal gelesen ich mache trotzdem nicht so einsteigen gott ist die bombe ich lande dann ist gleich pass auf ich will jetzt wie so ein adler drüber und dann welche landen wenn die bombe gewertet die bombe riskantes manöver was hier gerade mache aber ach so wer hat denn jetzt die bombe hallo ich nehme nicht nein nein steig aus ich lande hier ich lande super landung ist ein bisschen reparieren gott hat der wenig leben gott wer schießt denn hier so ihre scheiße ich schießt dann hier so natürlich wieder was ist denn hier los alter ich bin friedlich jetzt nicht auf die abgesehen dass ich mir auch mal sind so ein helium ein bisschen abbrechen und dann tank tank jedoch all das in den bomben setzt ich gerade hin und erfreuen wir diese inkompetenz sind ich da wohl warte jetzt mache ich das geil ist wenn der das check da wäre das so genial wenn er hier aufsteigen das versteht dann werden sie mal erstens selbstmord 20 jahrsaktion die gemacht haben die junge war ich komme ich komme ich komme jetzt steigst du hier auf ich bin direkt neben dir verstehst das jetzt steigt hier auf steigt hier auf steigt hier auf gott ihr habt ihr so ein egoist oder was was macht denn der typ dann wasser besetzt die bombe bombwurst droppt acht seit jetzt nicht gedacht dass die getroffen das hätte ich jetzt echt niemals erwartet warum seid ihr und gleich rüber gleich rüber gibt gas gott stecke fest jetzt gas okay vollgas vollgas jawohl was sag ich wenn die wasser rausfällt es ist jetzt vollgas wir können das machen wir können das machen aber ich habe beschossen aber das ding jetzt zu kontrollieren ist auch hart jetzt raus ich habe da verteidigt keiner jetzt auch jetzt rennen das machen wir jetzt das machen wir jetzt go 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 ist klar gut dass ich schon tut da glaube ich jetzt muss ich mal schauen wie man die plant jetzt dumm scheiß ich bin dumm sorry leute ach so ich bin ich inkompetent alt ja ich mache ja ich mache ja ich mache ja ich mache ja okay ich plante nein ja der hat mich so oder so erwischt auch wenn ich direkt aber jeder mal was das hier gebracht hat dieser einsatz hier für mein team das ist alt ist da gibt es tot der hunderte von toten fliegen man gleich mal über die gegner wie die blätten haben wir gewonnen das kriegt man auf jeden fall vor allem wenn wir uns die bombe jetzt noch krallen würden ich glaube ich habe das schon masterplan das hättest du wohl gerne das hättest du wohl gerne jetzt mal hier hoch da ist bei uns einer drauf egal müssen jetzt erst mal und sie bombe holen erst mal ein bisschen absichern ein bisschen die gegner wegtreiben deswegen aufs dach erst mal und dann okay so alles klar ist jetzt echt ein bisschen tricky die sollen vielleicht mal aufs dach oder so und ich hätte ganz im uni verfallen so wichtig dass sie gerade machen jetzt aber kommen so es ist also ich kann eine schwierige situation muss ich sagen enemy kill gott ich bin leicht krank habe ich in der in folge 8 muss das gewesen sein oder er ist jetzt wahrscheinlich folge 9 da habe ich das erwähnt sollte sie einfach mal hier selbstmord machen schade ich dachte so rücken zu mir was sind wir fast fast hingehauen was macht jetzt mein team eigentlich gar nicht ich bin die weiber bitte 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 nicht damit ich irgendwie so da ans geschützt bitte jawohl gott fliegt der denn gott doch gott rede ich mal ja hinter so ein gebäude muss gott ich bin nicht ich kann nicht reparieren jetzt war man ein bleib hinter dem ja jetzt lass ich erst mal regenerieren ok jetzt ja jetzt gibt mal gas was wo ist die bombe gott wo ich sehe nicht der muss doch irgendwo sein muss hier ich glaube der ist hier drin oder so ein scheiß ja ja wir haben es geschafft sehr nice hammer geil hat richtig fang gemacht muss ich sagen weil ich das so einfach noch nie gespielt habe ich habe noch nie COD gespielt muss ich gestehen doch die alten noch die alten habe ich noch gezockt aber die neuen irgendwie nicht mehr sehr gut wo aber das am ende das recht ärgerlich hätte ich gerade fast den entscheidenden punkt gemacht aber naja ja die kds sind hier in dem match scheißegal deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm ok welches ganze gefallen hat dann würde ich mich natürlich über den daumen freuen und abonniert mich gleich wenn nicht dann werde ich aggressiv bis zur nächsten folge ciao